Reich mal dem Petillo auf. In wen? Dem Petillo. In wen? Reich mal die Korbe auf. In wen? Dem Petillo. In einem japanischen Panzer heißt das Korbe. Wie wär's denn hier mit? Wer sagt's denn? Sieht aus wie Korbe. Ist Petillo. Reich mal dem Petillo auf. In wen? Die Korbe. In wen? Die Korbe. In einem japanischen Panzer heißt das Petillo. Wie wär's denn hier mit? Wer sagt's denn? Sieht aus wie Petillo ist? Die Korbe. Anolo, komm mal her, sie fass zu Korbe. A boah, Lua.